Der Digitalwecker von Eurotime hat eine große Zeitanzeige mit blauen Ziffern auf schwarzem Hintergrund. Das kontrastreiche Display mit hellen Zahlen kann somit nicht nur tagsüber, sondern auch nachts problemlos abgelesen werden. Der Wecker Eurotime ist außerdem sehr einfach zu bedienen und verfügt über eine praktische Weckwiederholungsfunktion. Bestellen Sie jetzt gleich online oder lassen Sie sich von uns beraten in Ihrem Online-Shop. Bestellen Sie jetzt gleich online.